Hallo liebe Leute, hier sind die Sillys. Und wir kommen nach Suhl zu euch und wir freuen uns ganz besonders auf unser erstes Konzert mit Julian Neigl und mit Toni Kral, unserem Neuzugang. Wir haben uns ganz speziell Suhl ausgesucht für unseren ersten Auftritt, denn wir wissen, in Suhl stoßen wir auf ein musikalisch hochgebildetes Publikum. Und wir freuen uns darauf, kommt in Massen. Genau.